Hier präsentieren wir die 5 besten Rauchmelder-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. BUEXX PX1 12-Jahres-Rauchmelder. Der BUEXX PX1-Rauchmelder ist ein hochentwickeltes Rauchmelder mit einer Lebensdauer von 12 Jahren sowie erfüllt Hullaballon 14.604. Dank seiner Altslos-Layout und kleinen Immobilienmessungen dieser Rauchmelder bleiben nicht aus. Der BUEXX-Rauchmelder ist für eine dauerhafte Nutzung mit einer Lithium-Batterie ausgestattet. Dadurch entfällt es den konsequenten Batteriewechsel. Wenn es konkrete Hinweise auf ein Feuer aus, aktiviert der Top-Qualität Rauchmelder nach Bedarf. Der Bereich der Versorgung des Rauchmelders PX1 besteht aus einem magnetischen Träger mit einem Gel-Klebepad, mit dem man den Rauchmelder an der Decke kleben. Nummer 4. Corbett Goats 1 XLM 107A Der Corbett Produkt JT127A Rauchmelders kommt mit 4 Brandmeldern, die im Notfall mit 85 Dezibel ein Alarmsystem ändern. Zusätzlich können Sie einen einzelnen Rauchmelder oder eine Sammlung von 10 Monitore von Corbett-Punkte kaufen. Diese stand alle ohne Detektoren geeignet für den Flur, das Zimmer sowie das Kinderzimmer. Der Lieferant hatte tatsächlich seine Berichtssysteme akkreditiert und Karo musste auf den Anforderungen der Recke den 14604 basiert auch. Es ist ein optischer Detektor, den sichtbaren Rauchfragmente reagiert. Sobald ein Feuer in der Wohnung oder Eigentumswohnung beginnt, reagiert das System sowie garantiert die beste Machbarsicherheit. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Smartwares TÜV Rauchmelder Schrägstrich Brandmelder RM149 Schrägstrich 41J Die Smartwares Brandmelder RM149 41J ist in einer Reihe von 4 zur Verfügung. Dieser Entwurf ist ein TV-geprüfter Rauchmelder mit einer Prüfungsfunktion Schaltern. Das Paket besteht aus einer 9 Volt Batterie, die eine Lebensdauer von über 1 Jahr hat. Der Rauchentdeckungbereich liegt zwischen 20 und 40 Quadratmetern. Wenn die Batteriespannung verliert, ertönt ein akustisches Signal. Ansonsten arbeiten die Brandmelder wie alle verschiedenen anderen Systemen durch den Alarm zu wirken, wenn es eine bestimmte Menge an Rauch ist. Auf der Rauchsensor-Anheit bietet der Hersteller eine Garantie von 10 Jahren. Nummer 2. Hekatron 31-5-020-14-01 Rauchmelder Genius Plus Bei Hekatron gibt es Rauchmelder in einer praktischen Sammlung von Vierten der Rauchmelder entladen ein akustisches Signal, wenn Rauch erzeugt wird. Hekatron-Rauchmelder sind für den Bettraum geeignet. Die eingebaute Echtzeit-Tour reduziert stehende Nachrichten zwischen 21 Uhr sowie 7 Uhr sowie die optischen stehenden Zeichen abschaltbar. Der Rauchmelder ist mit einer langlebigen Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ausgestattet. Der irritierende Batterieersatz ist los geworden. Der Umfang der Verteilung des Hekatron-Rauchmelder besteht aus für Rauchmelders mit Base, Schrauben, Dübel sowie Klebeparts installieren. Und die Nummer 1 unserer Liste. iElectronics i650 10-Jahres Rauchwarnmelder Die elektronische Geräte Rauchmelder i650 Verwendung des Streulichtprinzip macht, die auch als fotoptische Prinzip bezeichnet wird. Wenn Rauch in die optische Rauchkammer eindringt, löst der Rauchmelder ein Alarmsystem. Mit 85 Dezibel ist das Alarmsystem Audio unverkennbar. Wenn es Rauchfragmente in der Rauchkammer verschwindet, setzt der Rauchmelder sofort und auch der Alarm beendet wird. Das iElectronics Rauchmelder hat eine feste 3 Volt Lithium-Batterie, die eine Lebensdauer von zumindest einem Jahrzehnt hat. Diese Batterie kann nicht verändert werden. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.